willkommen zurück zu einem neuen test auf meinem kanal wir testen heute mal andorin andorin area of science und wieso wird es ausgesprochen entwickler und publisher ist ubi play und veröffentlicht wurde das am dreißigsten januar 2024 sie selber schreiben entdecke fantastische kreaturen namens andorin in einem neuen runden basierten 2d strategie spiel sammle und trainiere deine andorin und um die welt zu entdecken den challenge tower zu erklimmen und dich mit anderen spielern in der arena zu duellieren okay ich habe das tutorial jetzt einfach schon mal durchgespielt oder anders ausgedrückt man ist und das ist der größte einer der größten nachteile die ich jetzt schon habe man muss das tutorial spielen man kann sich übersprungen wenn ich schade aber was noch richtig 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 schlimm ist man kann die musik nicht wirklich einstellen man kann sie nur aus und anstellen und ich setze mal meine kopfhörer ab rate ich euch auch mal ganz kurz und leiser zu stellen ich mache mal kurz an und dann werdet ihr mitbekommen was das problem ist es ist verdammt laut und man kann es nicht regulieren ich könnte mich jetzt noch registrieren dann würde ich wahrscheinlich hier irgendwie noch boni bekommen was direkt auffällt ist wieder der shop da wird man wirklich drauf also nicht der gucken hier gab es irgendwo so ein shop wo ich hier drin gelandet bin weil wir hier einkaufen ist wieder alles auf geld aufgebaut oder vier also man hat hier auf jeden fall geld geld was man ausgehen kann ich habe keine ahnung wie viel diese bonis wert sind also aber ich gehe davon aus dass das hier extreme log angebote sind hier kann man irgendetwas ausgeben wahrscheinlich für die entwicklung seiner tierchen für gold können wir sachen ausgeben ich habe nur keine ahnung was das bedeutet hier auch kleiner heiltrank etc pp fügen sie einer zusätzlichen platz hinzu wir haben 25 also man keine ahnung wo man die her bekommt wir haben 25 irgendwo bekommen vielleicht wegen den täglichen lock in bonus oder sowas wir haben ein ei bekommen das weiß ich noch nie was man damit macht dass das hier verbreitet ein normales okay so wenn wir das jetzt öffnen kriegen wir wahrscheinlich ein beanspruchen leistung ja ich habe beanspruchen war ich habe jetzt keine haben wir jetzt zwei von den tierchen das könnte sein können wir hier reingucken sammeln beanspruchen okay man kriegt also auch über 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 quest vip points das ist schon mal nicht verkehrt da wird es immer noch irgendwas ich habe keine ahnung was ist hier beim einkaufen ist das beim ei weil wir haben ja hier nichts weiter gute frage so genau unbasierend man geht halt hier schön in den dungeon wir haben jetzt das erste kapitel gemacht entdecke haben das noch nicht komplett gibt drei schwierigkeiten gerade jetzt können wir hier einpacken wir nehmen mal die beiden mit und gehen jetzt als erstes mal hier hin haben wir noch nicht bekämpft muss man dazu sagen und schauen wir uns deswegen mal an kampf so man hat verschiedene fähigkeiten die lernt man glaube ich dann noch später hinzu wenn er aufsteigt verteidigung eine normale attacke diese kosten mana und zwar dieses ja symbol was wie so ein kreis mit diesen drinnen ja wie sage ich das ähm diesem recycling zeichen ist die mana die das verbraucht man regeneriert jede runde mana aber nicht immer extrem viel man kann jetzt hier aufklicken und sieht welche stärken und schwächen sie haben ähm das gleiche gilt bei uns wir haben eine schwäche gegen drachen nehme ich mal an wasser ja also eigentlich nicht gegen ihn so wirklich deswegen auch das ist extrem laut also man kann es auch übertreiben ich kann mir gut vorstellen dass das eigentlich ein handy mobile game ist der aufbau würde es aus meiner sicht ja diese effekte sind so laut können wir die noch irgendwie leiser machen das ist nämlich auch so ein punkt ok ok und dann gibt es noch diesen normalen angriff so da kommt es drauf an das war jetzt ein kipp deswegen so hoch man kann am anfang aus drei verschiedenen aussehen ich konnte jetzt aus dieser katze auswählen einen panda und ich weiß gar nicht was das dritte war so zumindest einmal gewonnen jetzt ist die frage können wir irgendwie der sound muss aus der sound also deswegen gehe ich davon aus dass es ein mobile game ist weil man den sound null regulieren kann ähm was ich als sehr schlimm empfinde so wir können jetzt hier beanspruchen das haben wir schon beansprucht deswegen kämpfen wir jetzt gegen ihn das gibt auch nochmal xp jetzt ist ja ich würde ich ich würde dagegen kämpfen oder geht das nicht genau das ist die aufladungszeit anscheinend können wir nicht können wir immer nur ein weg gehen was bedeuten würde wir müssen ja immer zwei wege gehen ok wir können auch nicht in kreis gehen wir sind am anfang oben rum gegangen ja ok man kann wirklich tatsächlich immer nur einen kreis gehen wir nehmen jetzt mal hier unseren peach oder was das einmal ist peachy und schau mal du kannst ein kugelsamen gegen was bist denn du nein du hast nichts aber ja gut ok das passt glaube ich es gibt auch wann wer angreift das hängt auch mit der geschwindigkeit oh zusammen achso das ist sowas wie ich nehme mir ah leben raus ok verstehe du musst einschaden das ist ein witz oder können wir können wir oder weil ich weiß nicht ob er regeneriert wenn wenn sie weg laufen würden wenn er der kampf an wirst du sicher nein ich weiß nicht ob er regeneriert wenn können wir können wir tauschen weil der kampf würde ja jetzt ewig da also ewig nicht aber er würde so oder so alles live verlieren unser peach weil bap verteidigung und kriegt trotzdem noch achso die verteidigung war sogar zu langsam oh also also eigentlich ist die verteidigung ein relativ schneller angriff oder eine relativ schnelle sache aber wenn natürlich der gegner schneller ist als einer selber greift er vorher an bevor die verteidigung greift interessant wir gehen mal mit dem peach raus und greifen mit ihm an okay er hat direkt die verteidigung angesetzt können wir auch machen nachdem wir angegriffen hatten wir sind halt level 11 mittlerweile also wir sind halt besser als er das ist mit level 3 kein problem die frage ist ob unser ob wir unseren peach leveln können ob das überhaupt was bringen also ja es muss was bringen klar aber das müssen wir gleich mal gucken hm wie gesagt ohne sound ist das natürlich jetzt so ein bisschen hm hm schwierig ähm was ich ich überlege gerade können wir ah sehr sehr schwer ähm ich könnte höchstens den sound der aufnahme dann leiser drehen im nachhinein ähm damit das wäre noch eine variante gucken wir erstmal hip down okay wir werden dann werden wir auch unsere kopfhörer alles leiser machen und werden hier nach so okay da haben wir jetzt alles okay man muss wirklich so und so gehen und jetzt könnte man auch auf hart spielen ähm wir gehen mal kurz hier raus und schalten jetzt unsere kopfhörer leiser machen wieder sound an und werden dann eben drunter schrauben ich habe jetzt noch zehn prozent an auf zehn prozent habe ich es runter geschraubt meine kopfhörer halleluja so ähm genau wir können ja hier in der scheune mal rein gehen und wir können ja ihn leveln wir können ihn auch verkaufen wir können natürlich auch ihn leveln glaube ich ah hier die steine bräuchte man glaube ich zum hochbringen was können wir hier machen ah Punkte da ah ok wir bringen auf jeden fall magie erstmal hoch das ist wichtig wir bringen aber auch resistenzen hoch auch wichtig einmal hp hochgebracht damit ich jetzt aufleveln kriegen wir wieder immer wieder ein punkt das ist gut mhm speed auch wichtig ah da sehen wir die ah ok da können wir ok wir bringen dich mal wenn möglich auf 15 wow hat level 15 erreicht jetzt ist es bereit sich weiterzuentwickeln um diese veranstattung zu feiern haben wir ein geschenk für dich aber zuerst sprechen wir darüber wie sie android entwickeln kann wir nennen sie elementsteine ja das ist mir schon bewusst das habe ich mir schon gedacht ich habe diesen stein mitgebracht sie können ihn ok bedeutet mein erstes kann ich tatsächlich entwickeln weil es ein feuer also ok und wir haben noch drei punkte und ich würde die tatsächlich auch auf speed setzen so ich will dich aber nicht nochmal leveln ich will dich jetzt leveln ok so damit bist du jetzt nämlich auch auf level 10 hast noch punkte zu vergeben du brauchst auf jeden fall eine menge speed also speed musst du ja richtig hoch kriegen ok wir können auch umbinden sehe ich gerade das ist auch gut feenlicht kugel und regeneration also du bist anscheinend oh flammenwerfer du kannst du bist anscheinend sowas wie ein sich heilendes jo tierchen ok kostüme kann man den auch geben ok ich weiß gar nicht was hiermit gemeint ist ich weiß gar nicht wie wir hier leveln wir gehen mal jetzt rein und machen hier mal die erste auf hart und gucken einfach mal was passiert level 13 ok gehen wir doch mal rein und schauen mal so ja wir nehmen die schildi äh schildi soll ich schon ihn flammenwerfer kostet mich 60 sprengen sie einen feuersturm gegen gegen haus um verbrannt zu werden ok hat auf jeden fall gut schaden gegeben wir gehen auf verteidigung erstmal so was ist deine schwäche metall ist eine schwäche hier haben wir doch hoa ok wir können wieder unsere verteidigung aktivieren dann gibt es wieder den flammenwerfer oh der war mies so so wie sind wir so schneller ok haben wir gewonnen das sind die xp die wir bekommen ein paar pointchen ok wir sammeln dich ein und wir kommen leider nicht nach da du bist jetzt level 15 ok du bist also so hoch wie wir ich nehme ein oh du bist schneller als hier ah ok 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 frage ist wie schnell ist unsere verteidigung sie schneller als der ah wir haben beide verteidigung eingesetzt ok eis und wasser ok so ich setze trotzdem erstmal verteidigung ein sehr gut und wir gucken ob es was ah ah ok er hat verteidigung eingesetzt sehr gut dann können wir jetzt dann können wir jetzt unsere verteidigung ein oh da haben wir glaube ich Glück gehabt jetzt mit nein schade aber wir kämpfen weiter wir haben ja noch so äh gegner mit starken licht beschädigen kann empfindlich Heilung erhalten ok nicht genug mana dann erstmal verteidigung wir sind zu langsam und zwar erheblich zu langsam ok du hast jetzt die verteidigung aktiviert ja verstehe ich wir regenerieren ok das ist nicht gerade doll also wir kriegen jede runde jetzt anscheinend erstmal etwas wieder du hast auch verteidigung eingesetzt schießt ich schieße den gegner mit samen kann seine gesundheit entleeren aha also das verlieren wir auf jeden fall würde ich jetzt einfach mal so behaupten wir haben nicht genug mana ja wir beide verteidigen wieder ähm ja gut so dann haben wir verloren defi rückzug also ah ok jetzt haben wir null aufgeben jawohl wir könnten so was ist wenn wir jetzt hier reingehen sind die dann wieder voll die sind dann wieder voll ok das kostet mich zu ja es sei eindeutig ein mobile game oder da bin ich doch absolut sicher dass das hier ein mobile game ist ok wie gesagt da bin ich mir ziemlich sicher weil was soll es sonst sein man regeneriert über zeit hm also ich bin aktivit vip um eine riesige nein also ich bin zur zeit null ich weiß nicht ich glaube das ist wirklich also wenn man lange weile hat und irgendwo hin fährt ja ok aber da gibt es mit sicherheit bessere spiele würde ich jetzt im ersten moment sagen also wir machen mal noch dieses level gucken dann nochmal ein bisschen und dann so verteidigung hoch ok weil jeder gang kostet ja geld so ok ok und wieder die schildkröte die kriegt von uns als erstes mal eine metall schlag ab so und der war sehr gut deswegen haben wir diese inni auch komplett schon fertig was ist wenn ich jetzt hier rauf gehe kann ich das irgendwie aktivieren indem ich ne ok dafür muss ich dauert also wenn man also auf 1000 spart kriegt man einen dauerhaften vip permanent vip mitglied der aktivierung das finde ich natürlich also wenn man natürlich vip punkte bekommt und den dann einmalig dauerhaft aktiv bekommt ist das natürlich ok es gibt aber nur 10 kapitel ist das natürlich zumindestens mal wo ich jetzt sagen könnte ok so was sind denn 1000 vip punkte konvertieren hä konvertierungsmaschine das umwand von 100 vip kristallen kann 100 bis 1000 kristalle erhalten das versteht jetzt nicht ganz hä was für hm ich wollte wissen was 1000 kosten 10 euro oder 5 euro dann kriegt man ja das hier also für 5 euro kann man dauerhaften vip zugang bekommen das ist jetzt im ersten moment finde ich nicht extrem viel ok sprich es gibt so monat was man bekommt kriegt man hier auch vip punkte ja hier hätte man vips bekommen dort und dort und hier also um die was sind das 225 230 vip punkte in einem monat das hochgerechnet wenn man das wenn man sich 15 tage anmeldet kriegt man das ok also ja ok verstehe 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 man kann halt hier kostenlos geld bekommen ein ei alle 24 stunden das ist irgendwie noch ein weihnachtsbächer hm also es reicht mich nicht mal ansatzweise von hocker dazu kommt dass die musik einfach viel zu laut ist ähm muss ich dann gleich im schnitt noch runter machen aber das ist ne also ne man kann halt hier ja man kriegt halt so ein bisschen was ne kann also man kommt wahrscheinlich schon so ein bisschen zu recht wie viel haben wir jetzt 56 haben wir also wie ja irgendwann hat man die tausend zusammen und dann hat man einen tausend äh hat man einen dauerhaften vip hier zugang wenn das wirklich so gehandhabt ist wäre das gut wenn nicht wäre das ziemlich mies aber ok ja was will man sagen so wie gesagt es haut mich nicht vom hocker nicht mal ansatzweise daher also von mir kriegt es keine empfehlung ja ich glaube da gibt es bessere spiele in der form besonders weil es ist ein mobile game kann man sagen was man will es ist ein mobile game das hat auf rechnern meiner meinung nach nichts zu suchen ähm daher ja sorry falls ihr doch interesse habt schaut rein aber mich hat es jetzt nicht vom hocker gerissen daher ja danke fürs zusehen und schulüüüüüü